Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für Mittwoch, den 12.08.2020. Ja, ich muss nicht wiederholen, aber ihr wisst es ja schon, Mittwoch ist immer der Lenny-Tag und deswegen wieder drei Botschaften, drei Karten. Entscheide aus dem Bauch heraus, nicht mit dem Kopf, ob es die erste, zweite oder dritte Karte sein soll oder vielleicht auch alle drei Karten heute. Ich starte mit der ersten Karte, mit der ersten Botschaft. Oh, da haben wir den Schlüssel gezogen, wie schön. So, habt ihr gesehen? Genau. Ja, der Schlüssel ist im Lenny-Mond auf jeden Fall die Sicherheit. Etwas wird abgeschlossen, festgemacht. Ihr könnt euch auf etwas freuen, ihr könnt eine Sicherheit, eine Basis spüren. Also, heute seid ihr wirklich, ja, ich will nicht sagen, vom Glück umgeben, aber es ist einfach so. Der Schlüssel gibt euch ganz, ganz viel Sicherheit und Stabilität und wirklich öffnet euch auch Türen zu neuen Möglichkeiten, zu guten, tollen Möglichkeiten. Also, heute nicht so skeptisch bei irgendetwas sein, was euch vielleicht angeboten wird, sondern das könnt ihr mit Sicherheit auch annehmen, weil das wird gelingen, es wird gut werden. Wie gesagt, der Schlüssel schließt ab, der macht das Ding fest. Der macht es in dem Sinne so, dass ihr darauf bauen könntet, dass ihr sozusagen darauf aufbauen könnt, auf dieser Sicherheit. Also, eine ganz, ganz tolle Karte. So, und die zweite Botschaft, was haben wir da? Oder haben wir das Haus? Ja, für dich heute, liebe Karte 2, und wer sich die Karte 2 ausgesucht hat, heute ist ein ganz schöner familiärer Tag, ein privater Tag. Ich sage ja immer, Familie ist entweder die Ursprungsfamilie oder auch die selbstgewählte Familie. Also, ihr seid in der Harmonie im privaten Umfeld, in der Familie, läuft es auf jeden Fall rund. Es muss nicht immer alle Freunde und alle Familienmitglieder mit gemeint sein, aber dein engster Kreis, der gibt dir ganz viel Halt und ganz viel Geborgenheit und du kannst dich darauf verlassen. Vielleicht gibt es irgendein Thema auch, was du gerne mit jemandem besprechen möchtest aus diesem Umfeld. Dann ist es heute der richtige Tag, weil du hast einfach diese Unterstützung aus dem privaten Umfeld. Und es ist heute etwas, vielleicht findet auch heute etwas oder der ganze Tag vielleicht auch zu Hause statt, so einfach gemütlich und ruhig, ich sage mal, gut eingebettet in der Familie, gut in der Wohlfühlatmosphäre. Also, ein sehr, sehr schöner, harmonischer Tag mit den Lieben zusammen. Oder es gibt halt eine Situation mit irgendeinem von den Lieben, ob jetzt Familie oder Freunde, die heute ganz, ganz toll für dich sein wird. So, und die dritte Botschaft, was haben wir da? Da haben wir den Turm gezogen. So, der Turm, der steht für mehrere Möglichkeiten. Wir fangen jetzt mal ganz positiv an. Der steht für die Selbstständigkeit. Vielleicht bist du selbstständig, also ist heute wirklich ein guter Tag, irgendwas in der Selbstständigkeit auch, ja, ich will nicht sagen loszulegen, aber irgendetwas da zu machen, was du dir vorgenommen hast vielleicht, das heute auf jeden Fall dann auch, ja, realisieren. Dann kann sein, dass du heute mit Behörden oder mit Versicherungen, also alles, was im Außen großes Unternehmen ist, zu tun hast. Vielleicht eine Info bekommst, auf die du wartest oder hin musst oder hingehst. Also, es kann auch sein in die Richtung. Oder es kann auch sein, der Turm steht auch für Isolation. Er steht halt auch für mal Abkapselung, für Trennung. Es kann auch sein, dass es einfach heute ein Tag ist, wo du einfach niemanden sehen willst. Wo du einfach dir sagst, boah, am besten schließe ich mich heute ein und gehe gar nicht erst raus. Ich möchte einfach alleine sein. Und wenn das so ist, dann gönn es dir auch. Weil es ist auch mal wichtig, dass man sich mal zurückziehen darf. Warum muss man immer der Clown in Anführungsstrichen sein? Für alle immer alles machen? Nein. Wenn dir heute so ist, dass du Zeit für dich brauchst, dann nimm sie dir. Dann lass den Tag heute einfach mal ruhig angehen. Und grenz dich ab. Das ist auch ganz wichtig, nochmal als Botschaft. Kann auch sein, dass du wirklich auf der Arbeit bist und dich alles nervt. Dann grenz dich auch ab. Man kann mit Kollegen auch mal drüber sprechen und man sagt, du, mir geht es heute nicht ganz so gut. Heute ist ein blöder Tag für mich. Lass mich meine Arbeit einfach alleine machen und wir können morgen gerne über alles sprechen. Das kann man ja auch mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfordern. Kommunikation ist alles. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das ist absoluter Leitsatz von mir. Und ich als Kommunikationstrainerin muss sowas auch sagen, weil alles, was wir im normalen Ton nach außen bringen, das kann auch angenommen werden und wertgeschätzt werden. Natürlich, der Ton macht die Musik, gar keine Frage. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Mittwoch. Habt einen tollen Tag, tollen Abend, wann immer ihr auch die Botschaften euch anschaut. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen am Donnerstag hier wieder treffen. Bis dann. Tschüss.